Hallihallo und da sind wir auch wieder bei Sirius M3. Auf in eines der letzten Gefechte vermute ich mal. Was ich schon seit 15 Parts ankündige. Und dennoch sind es tausende, Millionen von Gegnern. Also das größte Gegneraufkommen überhaupt hier. Zum Schluss nochmal. Finde ich gut. Bin ich stark dafür. Och ne, dafür bin ich gar nicht. Und ich treffe sie nicht. Okay. Kein Plan, ob ich da irgendwen treffe. Wie ich sie hasse. Wie ich sie hasse. Diese dreckigen Hubschrauber. Scheiße, Mann. Scheiße, kriege ich auf den Sack. Ich werde aber nicht rausgehen hier. Einen haben wir schon. Egal, wir haben hier unendlich Muni, oder? Ne, aber nicht. Shit. Vier Raketen noch. Das sind nicht so viele. Okay. Das ist ja noch einer. Nein. Spiel gespeichert. Yeah, wir haben sie. Da ist doch noch irgendwo einer. Was ist das für ein Schatten? Das war sein Schatten. Doch. Hä? Ich bin zu dacht, verwirrt. Hier ist doch eine Muni. Okay. Hi, Baby. Habt ihr den Wurm da hinten wieder gesehen? Der macht wieder Spiränzchen. So. Die hält doch nicht mehr allzu viel aus. Ne, da war noch eine. Oh, da stehst du es richtig gut. Wie viel sind das denn mal wieder? Ich bleib jetzt einfach stehen. Wir haben so viel Energie. Ist mir jetzt egal. Ich möchte hier einfach fertig machen. Einfach platt machen. Ohne Pardon. Warum ist immer noch gelb? Jetzt sterbt. Sag es deiner Kollegin. Jetzt ist Sterbezeit. Ausgestorben. Oh, irgendwer trifft mich. Irgendwer sieht mich. Hi, Honey. So. Aber es sind noch zwei, oder? Schieß mal schon mal. Dauert eh ein bisschen, ehe das Ding ankommt. Jawoll. Ein Hammer. Und du bist die letzte im Bund. Und du bist die letzte im Bund. Und du bist die letzte im Bund. Klöder. Drei, oder was? Ja. Ja, es ist noch eine. Oder? Oder? Da ist sie. Ich hab dich gesehen. die dreckige Schwanzlitzscher. Es ist noch eine. Es nimmt kein Ende. Na gut. Auch wenn wir das dem Part jetzt durchmachen, ist egal. Wir müssen die irgendwie besiegen. Was macht sie denn da? La, 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 la. Ich geh hier aber auch nicht raus. Ich seh das jetzt nicht ein. Jawoll, die hat man. Ah, noch eine. Okay. Ein bisschen Spielzeitsstreckung ist es schon jetzt hier, ne? Möchte ich ja mal sagen. Gerade die, das ist jetzt wirklich eine, eine Fleißaufgabe. Einfach nur. Wo ist sie denn? Da ist sie. Oh Mann. Ich hoffe, dass es die letzte ist. Ich hab auch keinen Bock mehr auf die. Also ein, zwei von denen sind ganz okay. Zum Nerven. Genau wie die Hubschrauber. Aber. Dann reicht's auch. So, noch ein Schuss. Dann müssten wir so haben. Yeah. So, jetzt lass mich mal ein bisschen vorwärts kommen hier. Devastator. Sehr schön. Da hinten ist noch eine Höhle. Oh. Das nimmt kein Ende. Ey, wo ist jetzt die Höhle? Warte. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Da ist es die Höhle. Das ist doch die Höhle. Ich bin total verwirrt. Ich lese alles nach. Die sind geil, die Typen hier. Davon hätten sie viel mehr reinmachen können. Die können nicht viel. Solche Gegner mag man. Die mag ich nicht hier. Und jetzt ist es auch die Höhle. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir links rum oder rechts rum? Da hinten sind auf jeden Fall wieder Gegner. Kann nicht allzu verkehrt sein. Wir gucken aber erstmal hier hin. Vielleicht gibt es hier noch ein Geheimnis oder irgendwas zu entdecken. Ich glaube, das ist einfach nur ein regulärer Weg. Immer nur eine Rüstung, weil die brauchen wir gar nicht. Ne. Ach Leute, nö. Wir wollen jetzt hier auch mal ein bisschen vorwärts kommen. Scheiß auf diese blöden Geheimnisse. Wir haben eh schon die ganze Zeit nicht die Geheimnisse gefunden. Da brauchen wir jetzt nicht mit anfangen. Der Zug ist abgefahren. Genauso viel für dich, Schätzelein. Ihr Platz ist so schön. Hier sind wir richtig. Der Speicher da. Hinter uns kommt keiner. Nein. Oh, fuck you. Fuck you. Fuck you. Ich hole jetzt einfach rein. Ich hole jetzt alles rein, was ich habe. Ich speichere vor allem selbst mal ab. Ah. Wartet mal. Ich habe da was für euch. Feuer. Wie gefällt euch das? Oh, ich hatte einen Schuss. Na, das ist ja mal Hammer. Dann hätte ich mir doch lieber aufgehoben. Okay. Devastator time, baby. Der Devastator ist schon echt geil. Meine Fresser. Der eine. Feuerkraft frei. Was soll ich mir was sagen? Ich gehe nochmal zurück. Ich hole mir nochmal für die... Ja, fünf haben wir noch. Aber fünf Raketen, das ist viel zu wenig. Ich vermute mal, das wird es noch lange nicht gewesen sein. Und jetzt, ich zweifle so langsam an meinen Aussagen. Ich schwanke immer wieder zwischen, das muss es doch gleich gewesen sein. Und es wird ewig so weitergehen. Oh, ein Helm. Was haben wir da noch? Paketen. Devastator. Sehr gut. Tja, brauchen wir alles nicht. Das ist eh Käse. Ich möchte eh zurück. Okay, da hinten aus dieser Gruft, da kommt nichts mehr raus. Ich glaube, da haben wir... Was ist denn du hier? Das ist doch mein Platz. So. Wieder alles aufgefüllt. Dann rammeln wir mal wieder davor. Ja, das sind so typische Endsequenzen hier bei Serious Sam. Nochmal alle Arenen durchgehotzt. Alle Gegnerarten. In unterschiedlichsten Kombinationen. Da wollen sie nochmal wissen, ob man es wirklich beherrscht. Und wir können mit Recht sagen. Ja, das tun wir. Gottverdammt, das tun wir. Ist da was? Ich habe jetzt keine Lust, wieder zurückzulatschen. Und wieder alles aufzustocken. Dann rühren wir mal wieder den guten alten Vorschlag einmal raus. Hi. Oh. Ach, guck mal an. Den kannst du das Ding hier direkt in den Waden werfen. Mhm. Abreagieren lassen. Alles klar da drüben. Bitteschön. Ah. Auch am Ende des Spiels kriegt man noch was mit. Ah, da hätten wir die sofort immer One-Hitten können. Was soll das jetzt? Wir gehen erstmal da hinten lang. Das sieht mir viel zu gefährlich aus. Was haben wir hier noch? Munition. Devastator braucht man nicht. Aber gut zu wissen. So, was haben wir? Scheiße. Wir haben natürlich für die Minigun aber nichts mehr dabei. Rocket Launcher haben wir noch. Nochmal alles durchladen. Devastator. Devastator ist die sieben. Ist durchgeladen. Okay. Egal was kommt. Ich bin, hoffe ich, bereit. Ich weiß es nicht. Oh yeah. Minigun. Ja. Ach, ich bitte euch. Ihr. Ihr seid lachhaft. Ihr seid so lachhaft, dass ich zurückgehe und mich verprübel. Alter, weiter. Da möchte man echt nicht dazwischen stehen. Alter, verwalter, verwalter, alter. Ist zwar feige, aber... Es funktioniert. Haha. Sucke. Oh, ihr kleinen Lutscher. Hätten wir das. Noch Fragen? Noch Fragen? Da oben hätten wir noch eine Rüstung. Da kommt doch irgendwas raus hier aus diesen komischen Höhlen, oder? Irgendliches krabbige Viech. Oh, und auch von den Wänden. Igitt. Ab ins Krabbelland. Oh, ist das schön. Ist das schön. Also nach dem Level, da gibt es keine Käfer mehr auf der Erde. Nachdem doch nicht alle Käfer besiegt. Shit. Ich bin an dem Ding vorbeigelatscht. So, Honey. Devil's Tater würde ich nicht nehmen. Den nehme ich mir noch auf. Ach, Kacke. Die kommen von hinten. Okay. Die kommen echt von hinten. So, da sage ich nur eins zu. Hätten wir alle, oder was? Nee. Hahaha. Da gibt es noch so ein Sprichwort. Auf den Hund gekommen. Also hier kann man definitiv sagen, auf den Käfer gekommen. Dann ist ja, selbst Starship Troopers haben da weniger zu bieten. Haben wir alle. Noch lange nicht. Ich habe noch lange nicht genug. noch mal kräftig dran gezogen. Platz. Geil, O-Mat. Sam, nimm eine Waffe. Abgedankt. Gib mir mal her, das Ding. Fuck you. Holy shit, Leute. Holy shit. Also ich, das war, ich denke, das wird es noch lange nicht gewesen sein. Ich habe meine Meinung geändert. Also ich sage jetzt nicht immer wieder, dass es der letzte Part ist, denn es wird es eh nicht. Und krass. Also ich hätte echt nicht, so einen Riesenumfang hätte ich echt nicht mehr erwartet. Ich bin sehr positiv überrascht. Oh, hi. Okay, der Nummer 9. Oh, geil, es ist der Hammer hier. Was? Mit voller Sprengkraft. Jawohl. Vier Kanonenkugeln, da sind wir dabei. Und nochmal die Minigun. Wenn wir so viel Muni kriegen, dann heißt das natürlich nur eins. Lasst sie kommen. Lasst sie kommen. Ich bin bereit. Gottverdammt. Fick dich. Ich bin... Oh, eins mit meiner Waffe, wollte ich schon sagen, aber... Irgendwas Großes nähert sich. Er nähert sich. Schieß mal. Mach mal was. Und geht down. Und fuck you. Bisschen vorhalten. Dann nochmal gleich. Dann nochmal gleich. Könnte natürlich auch mal Devastator benutzen. Da vorne liegt nämlich wieder ein bisschen Muni. So. Hier nochmal was Gutes. Mit. Dann wechseln wir mal wieder. Den Devastator heben wir uns mal auf. Weil es wird auf jeden Fall noch ein Boss kommen. Wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Da wird noch einer kommen. Da wird noch einer kommen. Alter Falter. Da lad ich aber genau rein hier. Geil. Treffst du mal gar nicht. Alter Falter. Ich sollte mal wieder abspeichern. Oh, er weiß nicht, was er machen soll da hinten. Das ist immer schlecht. So. Devastator. Devastator time. So. You were devastated. Hier bin ich, honey. Bisschen Muni sparen. Ha, was sollst. Scheiße. Wir haben ja gar keine Dingsbums mehr. Ich dachte, wir hätten noch was von der Basuga. Halt. Alter. Krass, krass, krass. Alter, ich komm nicht mehr weg hier. Oh, Käfer umhauen. Fällt er um? Er geht da um. Mehr. Bisschen Krafttraining. Hör auf damit. Ich komm mit meiner fetten Fliegenklatsche an. Oh, fucker. Fucker weg, fucker ich. Schnell mal abhauen hier. Yeah. Yeah, baby. Okay. Hahaha. So. Jetzt reicht's aber echt mal. Wir wollen mal wieder ein bisschen vorwärtskommen. Und vor allem brauche ich mal wieder Rüstung. Oh oh, irgendwas quiekt hier noch. Hey, ja. So, aber irgendwo waren da ja immer noch ein bisschen was. Medipack können wir, glaube ich, gar nicht nehmen. Nee, das geht nicht. Aber die Rüstung nehmen wir natürlich. Wir laden auch mal wieder auf. Oh, ihr Drecksbiester. Der Kammerjäger ist ja. Okay, Leute. Ich sammle noch mal ein bisschen was ein, aber dann beende ich den Part. Denn, ja, ich habe das Gefühl, das geht ewig weiter. Das ist the never-ending Serious Sam Story. Oder? Ach komm, eine Wette machen wir noch. Geil. Vier Murmeln. Nochmal vier Murmeln. Jetzt kriege ich aber so viel. So viel habe ich ja gar nicht gekriegt. Vor allem die dicken Coverns mir nachher. Geil. Devastator voll. Okay. Wir haben den Devastator voll. Aber nicht allzu viel. Und für die Kanone haben wir 30. 30 Leute. Da hinten nochmal auch noch was. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Aber ich glaube, 30 ist das Maximum. Ja, Kanonenkugeln voll. Da liegt nochmal so viel. Ich vermute... Das nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir auch noch mit. Oh, ich bin gerade drin. Also, ich werde es jetzt durchspielen. Ihr kriegt es dann fraktioniert. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ihr habt Linda. Ich bin Serious Sam. Drei. Ich bin Serious Sam. Ich bin Serious Sam.